Oh, wow, ich liebe es hier. Ich will als Erster anfangen. Oh, was für eine Kinderüberraschung. Und was hast du? Ich habe das Gleiche. Wie seltsam. Das ist irgendwie verdächtig. Aber ich freue mich schon darauf. Oh, ich liebe Schoko-Eier. Pass doch auf, wohin du deinen Müll schmeißt, Susie. Tut mir leid. Ich bin viel zu sehr auf die Schokolade konzentriert. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Oh Mann, da sind ja auch noch Süßigkeiten drin. Die kommen direkt in meinen Mund. Oh, das ist mega lecker. Die perfekte Kombination aus Schokolade mit Schokolade. Ich will gleich mehr davon. In diesem Ei sind Gummibärchen drin. Ich liebe es. Jedes Mal eine neue schöne Überraschung. Und das ist richtig toll. Und hier kriege ich noch mehr Schokolade. Das ist einfach nicht zu fassen. Von Mal zu Mal werden die Überraschungen schöner. Was guckst du denn so? Kümmer dich um deine Eier. Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich das tue. Was ist das denn? Ein echtes rohes Ei? Das habe ich nicht erwartet. Glaubst du, das war es auch schon? Mach dein nächstes Ei auf. Ich hoffe, da ist was anderes drin. Oh nein, schon wieder ein rohes Ei. Das ist ja voll eklig. Ich hasse es. Alles klar, da hat jemand Pech gehabt. Oh Mann, und ich habe eine neue Ladung Süßigkeiten. Schau mal, was ich mir überlegt habe. Ich werfe sie hoch und fange sie mit dem Mund. Ah, das hat wehgetan. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Hör auf, mich zu ärgern. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier eine Lektion erteilen kann. Ich sehe, du beneidest mich. Gut so. Was ist das denn? Das ist ja gar keine Schokolade. Ich glaube, ich weiß, wie man das eingeborgt hat. Wieso hast du mich angespuckt, Susie? Das ist doch nicht alles. Hier, bedien dich. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich muss erst mal mein Outfit ändern. Steht mir gut, oder? Was hast du denn vor? Ich werde mir ein paar meiner Eier zubereiten. Oh ja, das riecht schon richtig toll. Geh weg, Susie. Ich werde dir sicher nichts geben. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Aber ich glaube, du wirst dein Gericht gar nicht erst probieren können. Hey, was machst du? Nein, die Eier sind direkt auf mein Gesicht gefallen. Hier kommen unsere neuen Portionen. Lass uns herausfinden, wer anfängt. Ja, ich werde es sein. Wow, das ist ja eine Flasche Cola. Hast du Glück gehabt? Und was habe ich? Auch eine Cola. Großartig. Eine von diesen Flaschen muss doch sicher aus Schokolade sein. Voll seltsam. Ich kriege meine nicht auf. Ach so, weil meine aus Schokolade ist. Vielleicht ist ja meine auch schokoladig. Nee, das ist eine ganz normale Coca-Cola. Aber dadurch ist sie nicht weniger lecker. Ist irgendetwas in meiner Flasche drin? Ist die etwa leer? Oh, ganz und gar nicht. Da ist ja noch flüssige Schokolade drin. Das ist genau das, wovon ich jetzt geträumt habe. Schmeckt unglaublich. Ich kriege gar nicht genug davon. Susie, wie siehst du denn aus? Du solltest dein Gesicht waschen. Oh, ich habe noch so viel Schokolade übrig. Was machst du denn da? Das ist doch voll unschön. Ist mir egal. Hauptsache es schmeckt. Ich komme einfach nicht an meine Nase. So ist besser. Bravo, Susie. Die Flasche habe ich ja völlig vergessen. Die ist ja auch noch aus Schokolade. Mann, ist das mega lecker. Die will ich auch noch aufessen. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ich habe selber nicht genug. Was willst du? Nein, ich habe gesagt, ich teile nicht mit dir. Aber wir sind doch Freunde. Na, zum Glück habe ich noch meine eigene Cola. Ich glaube, jetzt könntest du mit mir teilen. Du hast recht. Warum nicht? Schau mal, was da drin ist. Was denn? Na da, du Dummerchen. Ich habe dich ausgetrickst, Susie. Und du hast mir geglaubt. Das ist nicht fair. Wie konntest du das nur tun? Denkst du, ich lasse dich damit durchkommen? Sicher nicht. Ich habe hier nämlich noch ein paar Mentos. Und wir alle wissen, was passiert, wenn ich die in die Cola gebe. Schau mal, da kommt jemand geflogen. Warte, ich habe hier was Wichtiges zu tun. Erledigt. Ich habe nichts gesehen, Susie. Was ist denn hier los? Wieso kommt die Cola direkt in mein Gesicht? Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Lass uns weitermachen. Ich glaube, meine Augen nicht. Chili. Das habe ich auch nicht erwartet. Du fängst an. Nein, nein, nein. Du fängst an. Ich weigere mich, das zu essen. Viel Glück. Okay, wenn du darauf bestehst, werde ich anfangen. Das schmeckt ja ziemlich gut. Das ist Schokolade. Da hat jemand Glück gehabt in der Runde. Moment mal. Heißt das etwa, dass ich die richtige Chili-Schote bekommen habe? Bloß nicht das. Schade, dass ich nicht mit dir teilen kann. Die Portion ist zu klein. Hier kommt noch ein kleiner Bissen. Das war köstlich. Jetzt bist du an der Reihe. Ich habe Angst. Ich hasse diese Schärfe. Hey, wieso hast du die Schote geworfen? Ich wollte dich doch bloß ein bisschen erschrecken. Ich habe auch so schon Angst. Zwinge ich nicht dazu? Hör auf. Mitleid wird dir nicht helfen. Also komm schon. Verliere keine Zeit. Du hast recht. Je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Das ist ja gar nicht scharf. Schmeckt sogar. Das war es auch schon. Aua. Du hast mir in die Stirn getroffen. Nein, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, da hat jemand voreilige Schlüsse gezogen. Aber wir sollten noch mehr Feuer machen. Hier, trink das da. Danke dir. Ich könnte das jetzt gebrauchen. Nein, das ist Tabasco. Du hast mich reingelegt. Hilfe. Ich fliege ins Aal. Aber es ist voll schön hier. Schönen Flug noch, Susie. So ist nicht das. Ich falle runter. Hilf mir. Oh, das hat wehgetan. Sorry, das war aus Versehen. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Beeilen wir uns und öffnen wir den Deckel. Vita, du fängst an. Oh nein, was für ein schrecklicher Anfang. Ich würde sagen, stachelig. Muss ich diesen Kaktus wirklich essen? Es ist so beängstigend. Ich werde mich ganz sicher stechen. Nun, wir können nur auf das Beste hoffen. Aua, wie schmerzhaft. Vielleicht reicht es. Nein, ist alles schneller auf. Ich glaube, ich habe eine Idee. Warum sollte ich mich verletzen, wenn ich einfach alle Nadeln abschneiden kann? Ich habe auch die richtige Zange. Tada! Jetzt muss ich nicht mehr jeden Bissen ertragen. Ich hoffe, der Kaktus ist wenigstens lecker. Wie schmeckte er? Du hast ihn so schnell gegessen, als ob er süß wäre. Nein, so ist er nicht. Er ist ekelhaft. Naja, das fühlen wir auch. Ich bin mit dem Öffnen dran. Stopp, ladies first. Vor allem, weil ich so ein leckeres Eis bekommen habe, ich muss es schnell essen. Vita, wo hast du mein Eis hingebracht? Bring es zurück. Nein, siehst du, es hat runde Kugeln. Das bedeutet, das ist meins. Ich weiß, wie man es löst. Nach einer Wärmebehandlung verwandeln sich die Kugeln in einen Schlamm. Und wegen der dreieckigen Form des Kegels wird diese Gülle mir gehören. Fertig. Es schmeckt so gut. Ich würde es wirklich bereuen, wenn ich Vita das Eis geben würde. Es schmeckt zu gut. Alex, jetzt kannst du auch den Deckel öffnen. Okay. Wow, es ist wunderschön. Das ist so ein leckeres Sandwich. Ich kann kaum erwarten, es zu essen. Wie schön zu wissen, dass ich es mit niemandem teilen muss. All diese Köstlichkeiten gehören mir. Dir sagst du? Ich habe auch vor, ein Sandwich zu essen, weil ich auch langsam Hunger bekomme. Alex, Vita ruft sich. Jetzt kann ich mit Hilfe eines Messers ein quadratisches Sandwich in zwei dreieckige verwandeln. Es tut mir leid, Alex, aber ich musste es tun. Verstehst du? Ich bin auch sehr hungrig. Ach so. Dann lass uns mal sehen, wie dir dein Sandwich mit demselben dreieckigen Pfeffer gefällt. Ich denke, es wird auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Lecker. Schade, Alex, dass du nicht derjenige bist, der diese Sandwiches isst. Nein, das ist überhaupt nicht schade. Awesome. Oha. Hier steht definitiv etwas nicht. Ah, warum ist denn diesem Sandwich Pfeffer? Hilfe! Ich habe etwas, das dir helfen kann, dein inneres Feuer zu löschen. Trinke das. Gib mir schnell Flüssigkeit. Was habe ich gerade getrunken? Ah! Wow, was für eine Show. Mal sehen, was diese Runde für uns bereithält. Bitte hat sie Chips. Was habe ich? Ich hoffe, ich habe auch Glück. Oh nein, ich bin kein Hund, der Hundefutter frisst. Das will ich auf keinen Fall. Und das sollst du jetzt nicht, weil ich zuerst essen werde. Ich möchte meine Wassermelone so schnell wie möglich essen. Sie ist so saftig. Genau das Richtige für einen heißen Sommertag. Ich weiß, wie ich mir auch Wassermelone besorgen kann mit einem speziellen Löffel. Casey, halt den Löffel fest, so wird es bequemer. Ich danke sehr viel, Mainz, es ist wirklich sehr praktisch. Awesome! Aber jetzt gehört die Wassermelone mir, weil du sie in runde Stücke geschnitten hast. Nächstes Mal wirst du genauer hinschauen. Ich denke, aus dieser Wassermelone-Geschichte kannst du viel lernen. Jetzt kriegst du! Nimm das! Nicht getroffen, du kannst werfen, so viel du willst. In der Zwischenzeit werde ich meine Wassermelone aufessen. Wegen dir habe ich nur noch ein bisschen Wassermelone übrig, aber den Rest werde ich ohne fremde Hilfe essen. Fertig! Vita, du bist dran! Ich glaube, die Chips sind köstlich, vor allem Pringles. Ich mag sie sehr. Ich auch. Und ich kann mir der Freude nicht entziehen. Ich muss Vita ihre Chips wegnehmen. Wie schön, dass dazu nur eine Schüttel in der Packung nötig ist. Seltsam, warum ist sie leer? Wo sind die ganzen Chips? Oh mein Gott, wer hat es gewagt, sie so zu zerstören? Chips in jeder Form sind köstlich. Ich hingegen muss Hunderfutter essen. Es ist viel schlimmer. Sogar der Geruch ist futbar. Ich glaube, davon wird mir schlecht. Vielleicht schaffe ich es nicht. Nein, du schaffst. Sieh nur, wie eklig es ist. Zumindest eine Kostprobe ist notwendig. Ich geh weh. Was für ein Schrecken. Hunderfutter sollte auf speziellen Schalen gegessen werden. Sei dankbar, dass ich einen für dich mitgenommen habe. Ja, danke. In dieser Schüssel sieht das Essen noch schlimmer aus. Und ich kann es einfach nicht mit einem Löffel essen. Ich helfe dir, bewege aber nicht. Ich mache es trotzdem. Nimm das. Gefällt es dir? Das ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gekostet habe. Findet ihr das lustig? Ich werde euch zeigen, was wirklich lustig ist. Wie konntest du es wagen? Wir riechen jetzt wie Hunde. Mädels, was glaubt ihr, wer wird diesmal das Glück haben? Das sehen wir gleich. Ich nicht. Ich hingegen habe Glück. Ich mag Rollen. Ich habe auch Glück. Ich habe Schokolade. Außerdem ist sie sehr schmackhaft. Diese ist in den Geschäften sehr schwer zu finden, was sie noch wertvoller macht. Ich weiß, dass alle hier schon sabbern, aber ich teile sie nicht. Es ist wirklich sehr lecker. Ich kann es kaum erwarten, all diese dreieckigen Scheiben zu verschlingen. Wie cool, dass ich das tun kann. Aber voll vorher muss sie der Schokolade noch ein paar Karate-Schritte zeigen. Cool, jetzt weiß jeder, dass Casey sich auch wehren kann. Und jetzt zeige ich euch einen Trick. Ich fange Schokolade mit dem Mund. Aber das ist noch nicht alles. Jeder kann eine Scheibe fangen. Aber ein ganzes Bündel von Scheiben zu fangen, ist das schwieriger. Und ich konnte nicht einen einzigen fangen. So eine Schande. Ach komm, das Wichtigste ist, dass ich jetzt mit den Rollen anfangen darf. Nimm zuerst die Stäppchen. Oh nein, ich konnte nie damit essen. Wenn ich jetzt lernen werde, werde ich bestimmt nichts essen schaffen. Aber wer hindert mich daran, Stäppchen auf andere Weise zu benutzen? Zum Beispiel Rollen draufstecken und direkt aufessen. Das ist cool, praktisch und die Hände sind sauber. Wie wäre es, wenn du sie mit einem Freund halbst? Niemals. Warum brauchst du meine Rose zu essen? Du hast ein paar sehr saftige Zitronen, die auf sich schon lange warten. Ich kann mir vorstellen, wie sauer sie sind. Ich geht weg. Ich wusste nicht, dass Zitronen als Bumerang zurückkommen. Weg! Sie scheinen jetzt dein Schicksal zu sein. Dumme Challenge Regeln? Ganz genau. Mir ist gerade eine Möglichkeit eingefallen, wie man Zitronen weniger effig machen kann. Wir müssen sie schälen. Awesome! Wow! Ups, Alex, tut mir leid. Deine neue Frisur passt aber wirklich gut zu deinem gelben T-Shirt. Also gut, Schluss mit Quatsch. Zeit zum Essen. Ups, ich glaube, die Zitrone hat mich ein bisschen schrumpfen lassen. Ich brauche eine erfrischende Dusche. Jetzt ist es viel besser. Oh ja, du solltest dein Gesicht unbedingt sehen. Oh nein, nicht die Zwiebeln, ich will nicht stinken. Was für ein riesiges Pizzastück. Fantastisch! Und ich habe den köstlichen Brausepulver, ich mag ihn. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich zuerst mit dieser hässlichen Zwiebeln fertig werde. Ich will es wirklich nicht auf später verschieben. Wie schmeckt sie? Hör auf, mich zu verhöhnen, es ist wirklich nicht lustig. Du solltest wissen, wie äckelhaft diese Zwiebeln sind. Wenn du einen bisschen nimmst, würdest du dich sofort ausbrechen. Ich glaube, etwas will von mir raus. Was für ein Gestand. Ich glaube, wir wissen jetzt, wie du dich fühlst. Entschuldigung, schaut mal, ich habe die runden Würste auf Käses Pizza entdeckt. Das heißt, sie gehören mir. Wie schön, plötzlich zu wissen, dass solche Leckereien auf mich warten. Und wenn man ein kleines Stück ausschneidet, kann man es quadratisch machen. Das bedeutet, dass ich auch einen Snack haben kann. Ich soll meine Hände nicht schmutzig machen. Ich muss noch Brauserpulver später essen. Wie könnt ihr es wagen? Schämt ihr euch nicht? Das ist meine Pizza. Geschäbe ist quadratisch, das heiße gehört mir. Na bitte, ich habe fast nichts mehr. Es ist gut, dass ich nicht völlig bestellt wurde. Wenigstens habe ich dann noch etwas zu essen. Und ich habe eine ganze Packung Brauserpulver noch. Ich bin sehr daran interessiert ihn zu essen. Das sieht sehr vielversprechend aus. Wow, das ist wirklich cool. Aber er sollte nicht einmal denken, dass ich teile. Ich werde ihn selbst essen. Wunderbar. Es ist köstlich. Ich will mehr. Der gierige Alex kriegt nur Brausenpulver auf den Kopf. So ist es besser. Du wirst wissen, wie du dich unter Freundinnen trägst.